Moin zu Honkai Impact 3, es geht jetzt nun weiter mit der Story. Ich hatte euch ja eben halt letztens ja schon vorgestellt gehabt hier mit den Chroniken. Als wir das jetzt hier, dass wir soweit abgeschlossen hatten. Und ja, jetzt kann man eben halt auch noch den Herausforderungsmodus dann noch weiterhin spielen. Wir kommen jetzt hier bei Kapitel 3, muss ich mal schauen. Dann die Chroniken, genau da gibt es ja diesen Herausforderungsmodus. Da muss man jetzt, ähm, ah hier den Storymodus, kommen wir dann. Ah hier, Herausforderungsmodus und dann kann man jetzt hier so gesehen mit den anderen hier losstarten. Dann bekommt man hier Kreuz des Rangers, also wenn ihr das halt mit der Chronik macht. Jetzt muss ich erstmal hier wieder rauskommen. Hier ist die Story und dann haben wir hier Abstieg der Wille des Herrschers. Aha, 7 ist jetzt, äh, achso, okay. Das haben sie jetzt irgendwie gesperrt und wir können jetzt nur noch eben halt 8 machen. Ich hatte euch aber letztens eben halt auch schon 7 vorgestellt gehabt. So, und dann machen wir ja auf jeden Fall hier weiter. Hier sind wir ja eben halt stehen geblieben. Und hier haben wir auch schon direkt Boss. Mal gucken, vorheriger Akt muss erst abgeschlossen werden. Ah, okay. So. So, kriegen wir hier außerdem auch so einen Schicksalskern. Die, äh, kann man sich eben halt erfahren, um eben aus dem Shop die Sachen zu bekommen. Und jetzt legen wir los. Hier, Kamera sein Modus, das ist nur, wenn ihr halt einmal abgeschlossen habt. Dann könnt ihr, so gesehen, äh, nochmal in Supermodus schnell alles durchgrinden. Das ist hinterher nur fürs, äh, quasi fürs Grinden. Ah, okay. Die Mikko kümmert sich wieder um die Sache hier. Quasi halt die Vorgesetzte. Die Mikko kümmert sich wieder um die Sache hier. Ah, hier müssen wir aktivieren. Hm, hm, hm. Die Tessa, die haut ja ganz schön raus hier. Da haben wir hier noch, nur Klaviermusik soweit. Ja, wir sind jetzt gerade bei der Base bei denen. Und hinten ist ja unser Schiff Hypron. Hier haben wir uns eben halt bei Capital 7 uns den Weg hierher gemacht. Zum nächsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und... Nee. Da ist es noch was wir machen. Ja. 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 Da ist es wieder. Das war's für heute. Ah, jetzt kommen wir aber schon im Boss hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. 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 Das wird interessant. Oh. 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 Das war's für heute. So, so, so. Kommen wir zu Akt 2. Ah hier, Team A und Team B haben wir jetzt denn. So, so. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, los geht's. Okay. 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 Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das so leise geworden? Was ist das vom Eis? Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, Feuerring-Effekt tun wir damit unter... Das war's für heute. Hmm... Hmm... Das war's für heute. 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 seite ist ja mal nice da andere so dimensionen halt lob an die wickler kianna also herrscht ja kianna sieht auf jeden fall schon sehr sehr stylisch aus muss man auf jeden fall lob an die wickler geben schon ziemlich oh nein komm mit cutscene also schöne animation da könnt ihr auch als anime durchgehen das böse ja 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 va ja ist es unbedingt hier Lies in pieces at my feet Fire and the storm Tend us through when I'm finished Struggling sound Help me gain insight Intentiary sound Dinosaur 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wow. Wow. Also das war schon echt nice. Wie es weitergehen wird, wird man dann halt auch noch schauen. Aber Wahnsinn, oder? Also haut mal selber raus, falls ihr auch noch keinen Impact spielt. Oder nur mal immer so hier mal bei mir zuschaut. Wie fandet ihr das denn jetzt soweit? Also ich fand das schon ziemlich nice. Mal gucken, wie es jetzt denn weitergehen wird. Da haben wir jetzt eben halt mit Kapitel 9. Aber das war ja mal absolut cool inszeniert. Und wow. Also mal schauen, was sie sich da noch einfallen lassen haben. Mal gucken. Aber ich finde es schon sehr, sehr nice Design mit Gott Kiana. Und ich habe da auch schon bei anderen gesehen, also die sind ja schon wesentlich weiter so mit den Patches und so weiteres. Aber es sieht auf jeden Fall echt ziemlich cool aus. Und mal gucken, was auch, wie wir noch in den nächsten noch alles kommen wird dabei. Ach ja, ich wollte euch noch mitteilen. Ich habe außerdem jetzt auch hier die 6. Serenade. Also eben halt die, ähm, wo ist sie hier? Kalin Kastlana 6. Serenade. Schon sehr, sehr cool. Also ihr könnt mich gerne adden. Da müsste ich mal schauen. Also ich habe meine Freundesliste soweit voll. Ich muss erst mal gucken, wann ich denn da Platz machen könnte. Da müsste ich mal schauen hier. Das müsste ich auch noch alles hier aktualisieren. Wo könntet ihr denn meine ID sehen? Müsste ich nochmal schauen. Lieder, Freunde. Ich glaube hier war das ja. Freunde, oder? Freunde, Freunde Bonus entdecken. Weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo konnte man das, äh, äh, sehen. Ach so, ja, hier kann man jetzt noch mal bestätigen. Warte, wo ist das nochmal? Da. So, dann kann man, äh, sie gleich als Unterstützerin sehen. Hier hat man auch Wiederholungen. Die kann man sich dann auch wieder anschauen. Das finde ich auch immer sehr, sehr cool sowas. Also sprich hier, Wiederholungen kann man sich dann hier nochmal alles angucken. Cutscenes, ne, die da liefen. Finde ich schon sehr, sehr cool, dass das auch mit drin ist. Ähm, ich müsste den nächsten Mal mal gucken, Leute. Wo ich das denn hier nochmal finde. Äh, ich weiß nicht. Ach so, ach so, hier. Hier ist die ID. Ah, ich suche hier jetzt überall. Genau, hier ist die ID. Und ich glaube, die müsste den ihm halt eingeben, äh, falls ihr da, keine Ahnung, Freunde einladen wollt oder so. Ich weiß aber nur nicht jetzt, wo das halt war. Ich glaube, genau, hier, äh, da müsst ihr, Einladecode, Einladungscode kann ich euch auch versenden. Also dann könnt ihr, müsst ihr diesen Code hier eingeben. Ähm, dann wäre es schon nice. Weil dann kriegt man eben halt hier dementsprechende Belohnung. Müsst ihr nicht, aber könnt ihr gerne machen. Hier könnt ihr, genau, hier, auf Suche gehen. Und dann gebt ihr eben halt hier meine ID ein. Und dann findet ihr mich. Aber, ähm, dazu erst, wenn ich erstmal wieder Platz habe. Äh, das werde ich sonst demnächst auch nochmal mitteilen. Dann, wenn ich da wieder irgendwie Platz frei gemacht habe oder sowas halt. Dann könnt ihr gerne adden. Und dann könnt ihr gerne meine sechste Serenade mit dabei haben. Wenn ihr irgendwo mal unterwegs seid. Halt täglich könnt ihr die halt immer wieder mitnehmen, denn. Also, ja. Aber ich danke auch immer fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch, äh, soweit, äh, interessiert. Und gefallen. Und, ja. Wie schon gesagt, also nehmt gerne den Einladungscode ein. Gibt es einfach ein. Und dann kriegt ihr dementsprechend bestimmt auch was. Und ich habe auch was davon. Quasi. Ja, ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und haut rein. Und haut rein.